hallo meine lieben kreativen ich habe heute ein unboxing für euch und zwar von der firma easycraft art ja was ich mir ausgesucht habe das zeige ich euch jetzt direkt ja und zwar habe ich mir ausgesucht ein bild das ist aber gut geknickt ein bild ein stift da habe ich leider den falschen aber nicht schlimm und dann haben wir hier noch was zur seite und kommen erst mal zum stift ja also eigentlich wollte ich eine andere farbe haben aber ist nicht schlimm die farbe ist auch cool ja ein acryl stift genau den ich jetzt mehrfach habe irgendwie kriege ich nie die richtige farbe ja aber ist nicht schlimm wie gesagt ich finde den total cool den acryl stift und ja genau den legen wir erstmal zur seite den habe ich ja schon öfters geanboxt so dann kommen wir zu etwas zum thema weihnachten ja was ich mir ausgesucht habe und zwar guckt mal seht ihr das ja es sind schlüssel anhänger oder beziehungsweise baum anhänger die kleben aber ein bisschen zusammen hier gucken oder zieht aus wenn da gar keine folie drauf ist momentchen mal doch es ist eine folie drauf doch doch es ist eine folie drauf ja seht ihr es ist eine folie drauf ja genau und zwar sind das wie gesagt schlüssel anhänger oder baum anhänger kann man dazu auch sagen die kann man sich halt an den tannenbaum dran machen ich fand die total süß ich hoffe ihr könnt das jetzt hier sehen ja in diesem set hier drin sind fünf stück und da ist ein toolkit bei das sind dann hier die schlüssel anhänger die werde ich aber sehr wahrscheinlich nicht dran machen sondern ich werde nur die ketten dran machen und werden das dann weihnachten einfach in den tannenbaum hängen ja ich habe mir das set ausgesucht einmal mit den handschuhen dann ist da der elch ein weihnachtsmann ein tannenbaum und der schneemann ja das ist beidseitig zu bepainten und ja ich bin mal gespannt wie sie sich lassen gucken wir mal gerade die steinchen genau da haben wir hier sommer steinchen mit frei einmal haben wir hier so grüne blätterförmige ja also plättchenförmige sind es dann haben wir pinke herzchen und wir haben sterne und dann haben wir hier noch so tröpfchen ja und hier haben wir straß steine genau und die weißen sind halt normale hier haben wir ganz viele straß steine seht ihr das weihnachtsvorbereitungen können losgehen ist ja nicht mehr ganz so lang wir haben jetzt schon oktober das ist die große packung das ist das von den stein genau ja wir haben ja wie gesagt schon oktober also so lang ist es nicht mehr in zwei monaten ist weihnachten und das heißt die vorbereitung können anfangen packen wir das erst mal ein wieder da werde ich euch dann auch fotos zeigen wenn das fertig ist bzw die werden wir zusammen machen und wenn es dann fertig ist werde ich das wie gesagt in den tannenbaum hängen und dann werde ich euch das zeigen ja ist auch alles sehr stabil also muss ich wirklich sagen finde ich cool finde ich sehr 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 cool so genau hier wie gesagt ein toolkit mit dem schiffchen wachs und schiff und natürlich die anhänger wenn man es halt als schlüssel anhänger benutzen möchte dann kann man das gerne machen machen ja so ich werde wie gesagt in den tannenbaum packen dann haben wir doch schon ein schlückchen kaffee und dann bin ich mal gespannt hier auf das bild ja das bild hat leider ein bisschen gelitten wie man sehen kann beim transport soweit ich weiß ist das sogar im briefkasten gestopft wurden also danach sieht es auch gerade aus aber ich denke mal dass das kein abriss macht also dass es trotzdem gut aussieht denke ich mal genau ich mache das jetzt einfach mal raus es ist halt nicht in luftpolster folie so wie bei anderen firmen es kommt halt in einer plastiktüte wie man sieht ich würde sagen wir gucken uns das jetzt einfach mal an oh ich weiß welches bild das ist ja das bild hat die maße 40 x 50 wie man sehen kann und hat 24 farben ich hole mal gerade die steine raus moment ja und es ist eckig genau ich habe mir ein eckiges bild ausgesucht und die steine sehen bis jetzt ganz gut aus ich zeig es euch gleich nochmal richtig aber ich würde sagen wir gucken uns erstmal gerade das bild an dafür muss ich mal gerade aufstehen damit ich sehe ob ich das auch komplett in der kamera drin habe so ja ich habe mir dieses süße hundebild ausgesucht ja ich fand das so süß mit den ganzen welpen da drauf und deswegen musste das einfach mit ja ich werde euch jetzt gerade ein bild einblenden wie es aussieht komplett ne aber wie gesagt ich kriege das halt nie ganz drauf hier bei der ansicht aber das ist richtig süß guck mal ja es sind halt hier sind halt labbys mit drauf fand ich so süß ja gucken uns mal gerade den druck an also der druck ist auch bomben mäßig wie man sehen kann es ist wirklich wirklich bombe bombe ja den knick hier den kriege ich raus das ist kein problem das ist wie gesagt jetzt dadurch entstanden weil der liebe postbote es einfach in den briefkasten gestoppt hat ja wir gucken mal gerade hier wegen der klebefläche wie die klebequalität ist da seht ihr meinen finger oh ja also es ist eine sehr sehr gute klebekraft muss ich wirklich sagen also ist wirklich bomben mäßig ja ich fand das bild so süß das könnte man auch demnächst mal im im twitch stream noch mitmachen aber mache ich erstmal die sachen fertig die ich habe ja dann rollen wir noch nicht ein ich zeige euch gerade erstmal die steine noch die darf ich ja nicht vergessen gell so genau gucken wir mal was nehmen wir denn mal hier für eine farbe und nehmen wir einfach das hier weil hier ist kein anfang zu sehen dann zeige ich euch mal gerade die steine ich hoffe man kann das jetzt erkennen also die sind wirklich bombe also ich sehe da jetzt nichts nichts dran dass sie irgendwie irgendwelche nasen haben gut da ist jetzt ein anderes steinchen drin es klebt auch nicht zusammen ne also ich sehe da jetzt nichts auffälliges sieht gut aus oh 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 ja hier ist ganz viel schwarz ganz viel schwarz ein richtig tolles lila ein rosa das weiß vor allem bei eckigen steinen sieht man ja dann auch immer wie generell die qualität von der firma ist ja also ich werde auf jeden fall dann antesten so da ist ein strass stein reingekommen also ich sehe da jetzt echt nichts nichts was schlecht wäre finde ich gut finde ich auf jeden fall sehr gut also bin begeistert wirklich richtig schöne töne sind das auch und ich sehe wirklich nichts nichts was irgendwie kaputt ist oder zusammenklebt sind wirklich lose in der tüte drin das ist immer sehr gut ja das wird toll leute das wird richtig toll ja genau das waren die drei produkte die ich mir ausgesucht habe ich muss auf jeden fall gleich mal hier gucken mit der stein dass ich wieder richtig rein sortiert sehe das geht ja mal gar nicht hier genau ja also wie gesagt ich verlinke euch alles unten in die video beschreibung und ja ich nehme euch auf jeden fall mit bei den sachen wenn wir die machen ich bin wirklich gespannt einmal halt zum thema eckige steine hier bei dem bild und natürlich auch bei den schlüssel anhänger beziehungsweise bei den baumanhängern ich finde die so cool ja in diesem sinne sage ich dann schon mal winke winke bis zum nächsten mal und ja lasst mir gerne ein däumchen nach oben da und die leute die noch nicht abonniert haben da würde ich mich auf jeden fall sehr darüber freuen wenn ihr mich abonniert und ja genau was ich unten auch noch reinsetze darf ich natürlich nicht vergessen mein twitch link ja genau also einmal die woche ist wie mich auch auf twitch und würde mich freuen wenn ihr auch dort dabei seid bis dahin ihr lieben tschöö Vielen Dank.